Wow, 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 wow. Da ist sie nun, die Ausgabe 100 des Tele-Stammtischs, der Comic-Talks und der Interviews. Und das ist so ein Projekt, das war so mein erster Podcast. Jetzt ist Folge 100 erschienen, ihr werdet sie jetzt gleich hören. Und das ist für mich schon ein ganz besonderer Moment. Ich habe lange überlegt, schon vor vielen Monaten, wie ich Folge 100 dann umsetzen werde, was darin vorkommen wird. Und letztlich hat sie das dann alles sehr viel schneller erledigt, als ich das ursprünglich dachte. Ihr bekommt natürlich auch hier wieder Interviews auf die Ohren vom Comic-Salon in Erlangen, in dem Fall mit Jens Kasper, Hannes Radke, Ralf Sing, Verena Maser und Johanna Schlogger-Baumann. Und das sind auch fünf Personen, die sind alle relativ nah dem Tele-Stammtisch mir. Die sind teilweise bei der Filmredaktion vom Tele-Stammtisch mit dabei, teilweise dabei gewesen. Menschen, die ich schon seit Jahren kenne, mit denen ich mich mehrfach auch teilweise schon privat getroffen habe. Und ich freue mich außerordentlich, dass gerade diese fünf Leute hier bei Folge 100 dabei sind. Eine Ausgabe, die andere Podcasts vielleicht deutlich größer und außergiebiger feiern, als ich das tun werde. Ich persönlich beschäftige mich aktuell also eher mit den Inhalten und den Podcasts, aber es kann schon sein, dass wir hier nochmal in irgendeiner Form Jubiläum schmeißen müssen. Und sei es eben zum zehnjährigen Bestehen, denn den Tele-Stammtisch und die erste Ausgabe des Tele-Stammtischs, die ist erschienen Ende 2016. Oktober oder November dürfte es gewesen sein, damals noch als Kick-Off, als Zeit-Kick-Projekt der Website geekwhisper.de, die es in der Form noch gibt, aber wir sind inzwischen getrennte Wege, im Guten, aber getrennte Wege gegangen. Und es ist viel passiert in den letzten Jahren beim Tele-Stammtisch. Ein Podcast, den man meines Erachtens so aus der deutschsprachigen Comicszene nicht wegdenken kann. Ich war jetzt die Tage zum Beispiel auch beim Pfälzer Comicsalon gewesen. Auch da spricht man einfach, man kennt sich. Und der Tele-Stammtisch hatte eben viele tolle Gäste schon in den letzten Jahren am Start. Und ich möchte mich an der Stelle auch mal ganz eindeutig und herzlich auch bei all meinen Gästen aus den letzten 100 Ausgaben bedanken. Ohne euch wäre dieser Podcast in der Form nicht möglich. Es wäre kein Projekt, das mir dermaßen viel Spaß machen würde. Und ich bin sehr dankbar, dass wir hier zum einen so viele tolle Gäste begrüßen konnten und zum anderen auch inzwischen eine Community aufgebaut haben, die regelmäßig und gern die Inhalte des Tele-Stammtisches hört. Auch an euch, liebes Publikum, ein ganz herzliches, ein liebevolles und von ganz tief drinnen kommendes Dankeschön für euer Hören. Ja, für das Konsumieren des Tele-Stammtisches, fürs Schreiben auf Social Media, fürs Melden jetzt auch im Community Hub, einem Discord-Server des Tele-Stammtisches, den ihr finden könnt auf tele-stammtisch.de slash discord. Da trifft sich die Community des Tele-Stammtisches inzwischen und ich freue mich wirklich sehr, dass das so rege geschieht. Liebes Publikum, viel Spaß nun mit Ausgabe 100. Kommt vorbei, genießt es. In diesen fünf ganz tollen Interviews, die wieder ein bisschen roher daherkommen, als ihr das vielleicht gewohnt seid, aber so kann ich euch zeitnah die wirklich ganz tollen Interviews des Comics-Salons präsentieren. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Es gibt diese Interviews, die führt man nicht einfach so, dafür geht man auf eine Bühne. Und dieses Interview, das führe ich jetzt, denn es ist ein Gespräch auf einer Bühne im Park. Wir haben sogar Publikum. Ist das nicht ein bisschen geil oder was? Yeah. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist, was ist ja eigentlich alles schon, also er ist auf jeden Fall Comic-Artist und er war schon zu Gast. Wir haben schon unfassbar viele Dinge zusammen gemacht, auch Dinge, die wir besser nicht im Mikrofon erzählen. Wir haben auf jeden Fall auch schon über Comics geredet, wir haben schon Videokram gemacht und wir haben auch schon eine Menge an Eintritt nicht über Bier. Das ist unangemessen und nicht professionell. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Hi, ich bin der Jens von Casper Comics. Genau, ähm, oder alten Mitglied von Tele-Stammtisch. Ja. Und was mache ich noch? Bin aktuell Koch und Comic-Zeichner, wie gesagt. Du bist wieder am Start, du hast so eine, kann man sagen, so eine Art Comic-Pause gemacht? Ja, ich habe drei Jahre jetzt nichts veröffentlicht. Also ich hatte zuletzt, ich glaube 2021, wir haben Corona noch mein letztes Heft veröffentlicht. Dann habe ich die alten mal überarbeitet. Aber wegen, also das kam das Leben dazwischen. Also ich hatte viel zu tun. Ja. Und ich habe jetzt ein Doppelheft gemacht, das ist auch doppelt so dick wie die anderen. Das hat einfach ewig gedauert diesmal, muss ich sagen. Ja, und ein Heft von nicht irgendwas, sondern nämlich von einer Reihe, die wir auch schon kennen, von der ich auch schon nicht alle, aber die meisten Hefte gelesen habe. Und auch ein Heft, das fast nicht rechtzeitig da gewesen wäre, oder? Mhm. Mit Liebe Welle und Drachenfaust. Fünf ist seit heute Mittag der Welt zugänglich. Du hast das erste Exemplar jetzt. Boah, offiziell erhältlich. Band fünf doppelt so dick. Du hast mal gemeint, dass du so eine größere Story im Kopf hast. Du weißt also, wie das enden soll. Auf wie viel ist die Instagram angelegt, die Reihe? Also ich hatte ja anfangs mal überlegt, 13 Hefte zu machen und jetzt bin ich aber beim, das ist jetzt das siebte Heft. Das ist ein bisschen verwirrend mit der Nummer, weil es Nummer fünf ist. Aber es gab vor Libelle und Drachenfaust 1, Libelle 1 und Drachenfaust 1. Und jetzt habe ich, der aktuelle Plan ist jetzt noch zwei, maximal drei Hefte zu machen und dann die erste Story abzuschließen. Und dann gibt es ein Sammelband. Genau. Ich bin jetzt bei fast 200 Seiten insgesamt. Ja, in welche Richtung haben sich unsere Protagonistinnen denn entwickelt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass inzwischen beide ganz gut mit ihren Kräften umgehen können, oder? Ja, das ja. Aber wie das Cover verrät, also das sieht man jetzt nicht im Podcast, aber Drachenfaust stirbt jetzt. Boah! Ja. Und danach kommt der Resurrection Arc. Das ist ja krass. Auf keinen Fall. Ich habe es noch nicht gelesen, ich kann nichts spoilern, was ich nicht gelesen habe. Deswegen eigentlich hätten es zwei Hefte werden sollen, Libelle und Drachenfaust 5 und weil dann Drachenfaust stirbt, Libelle 2, dass da die Serie sozusagen fortgesetzt wird. Und das habe ich aber kostenbedingt, weil die Druckkosten sich fast verdoppelt haben seit letztem Mal, wo ich gedrückt habe. Habe ich es jetzt beschlossen, mache ich halt ein richtig schönes, dickes Heft. Gerade in der zweiten Hefte, wie ich sehe, ist es dann auf jeden Fall auch deutlich düsterer geworden. Hat die Serie insgesamt einen raueren Ton angenommen? Ist mal so, mal so. Tatsächlich möchte ich es eigentlich, also mir ist es wichtig, dass auch immer ein bisschen Witz dabei ist und Humor und so, aber halt es ist schon ein Actioncomic. Ja. Und es geht zur Sache, also was soll man sagen? Du hast ja viel erzählt, auch du hast ja selbst auch natürlich auch solche Superhelden ein Stück weit sozialisiert, so genau wie ich das natürlich irgendwie auch bin. Hast du so verschiedene, ich möchte fast sagen, Superhelden-Tropes, also Dinge, die Superheldinnen relativ vorhersehbar erleben, wie zum Beispiel so ein Tod oder so. Sind das die Dinge, die du auch gerne mit einmaust in deiner Reihe? Ja, das macht auch immer Spaß. Das ist jetzt nicht so trope-lastig, aber ich habe mal in der Mitte so einen Teil, ich glaube das ist irgendwie von Bad Girl geklaut oder so, wo man dann irgendwie den Wachmann, irgendwie der eine geht vorbei und sagt Hallo und der wundert sich und dann kriegt er hinten eine drüber. Oder dann, genau, ich habe einen Trick dieses Mal gemacht, da gab es mal so eine Studie, dass Covers mit Gorillas, also Comic-Covers, wo Gorillas drauf sind, da verkauft der Comic 30% mehr. Okay. Habe ich das jetzt einfach mal ausprobiert. So schlau, ey. Aber ich glaube, das ist aus den 60ern diese Studie. Da hast du ein bisschen was getan. Aber deswegen hat DC so viele Super-Gorillas. Du machst es ja weiterhin komplett im Eigenverlag. Hast du eigentlich mal versucht, das irgendwo unterzubringen, beispielsweise bei The Next Art? Nein, tatsächlich eigentlich nicht weiter. Also ich glaube, ich hatte mal ganz am Anfang bei Panini und Splitter so ein bisschen angefragt, aber auch so auf der Messe irgendwie spontan. Und die dann auch so, ah, nein, danke. Ja, und solange ich die Hefte rausbringe, ist es glaube ich auch nicht so attraktiv für den Verlag. Und vor allem, weil ich nicht irgendwie jetzt sagen kann, ich bringe alle zwei Monate eins raus oder so. Und ich habe mir auch selber ein bisschen den Druck rausgenommen, dass ich halt, also ich sage irgendwie jetzt in zwei Monaten geht es weiter und ich mache das dann auf Biegen und Brechen, sondern ich nehme mir halt, wenn ich die Zeit habe und die Messe dann zeichne ich und dann wird es auch richtig gut. Also das Heft ist, also Heft 4 ist, finde ich, schon brutal gut geworden und das setzt nochmal einen drauf. Ja, mega, ich bin total gespannt. Jetzt machst du das ja auch wirklich schon seit einigen Jahren. Ja, ja. Hat sich eigentlich in der Arbeitsweise von dir irgendwas geändert, in der Herangehensweise an so ein Heft? Ist es irgendwie anders geworden, vielleicht sogar professioneller? Professioneller weiß ich nicht, aber tatsächlich werfe ich jedes Mal den Workflow über den Haufen, also ich mache es jedes Mal anders. Ich habe diesmal eine neue Kolorationsmethode, eine Schattierungsmethode auf YouTube gesehen, die tatsächlich viel besser funktioniert, aber das ist jetzt ein bisschen... Ja, wir können ja viele Artists auf den Podcast hier, also schon eine... Okay, Adam hat ja erst praktisch nur die Linien, also die Strichzeichnung, das ist der erste Schritt, dann macht man die Flats, heißt das, dann schneidet man praktisch die Farbflächen einzeln aus, also was weiß ich, Himmelblau, Wolkeweiß, Cape Rot oder sowas. Und dann der letzte Schritt ist, dass man dann eben nach Schattierung und Belichtung oder so Highlights dazu macht und dann wirkt es eben plastischer oder so ein bisschen 3D. Aber ich weiß nicht, ob dir das jetzt viel zeigen wird, also ich habe früher dann praktisch die Farbflächen genommen und die, da gibt es so ein Tool in Photoshop, aufgehellt und abgedunkelt. Und das ist relativ mühselig und mittlerweile mache ich es so, dass ich praktisch alle Farbflächen auf dem Multiplizieren stelle und dann drunter ist eine weiße Ebene und da male ich dann mit so in Graustufen sozusagen Richtung Schwarz. Und dadurch wird es dann mit den Farben vermischt und dann hat man da eine relativ realistische Schattierung. Okay, interessant. Jetzt ist die Frage vielleicht ein bisschen sehr utopisch und auch ein bisschen sehr in die Glaskugel, weil das noch ein bisschen dauert. Aber irgendwann, da wird die Reihe ja ein Ende finden. Ja, so Gottes Willen. Irgendwann in ferner Zukunft. Was gäbe es denn noch so für, sage ich mal, Themen meinetwegen, Genre, auf die du so richtig Bock hättest, die du gerne mal umsetzen würdest? Ich würde auf jeden Fall einen Kindercomic machen oder irgendwas, was familienfreundlich ist. Da habe ich auch schon ein Konzept, da habe ich mal ein bisschen Testzeichnungen gemacht, aber ich möchte es nicht irgendwie kurz und quer machen. Aber auch und außerdem alles anders machen, also kurze Strips oder wenn eine Geschichte, dann kurze abgeschlossene Kapitel. Das ist tatsächlich auch der Plan, wenn ich jetzt damit durch bin und falls es dann immer noch Spaß macht, dann will ich es schon weitermachen. Aber dann immer ein Heft, eine abgeschlossene Geschichte und nicht wie jetzt halt sieben Hefte und ist immer ein bisschen über die Hälfte der Geschichte. Also das habe ich ein bisschen zu verrückt angelegt bisher. Aber machen tatsächlich, da gibt es öfter so die Herangehensweise, dass man eine große Origin-Story macht und dann eben so Einzelhefte sozusagen. Aber Spaß machen ist ein ganz gutes Stichwort, denn zusammen mit anderen Leuten, die ja Comics machen beim Telestandisch, die wir ganz gut kennen, ist Spaß machen, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor für dich hier beim Salon. Wie nimmst du den Salon wahr? Was ist das für dich? Also das ist wie ein richtig schöner Urlaub tatsächlich. Ich habe auch gestrahlt über beide Backen, als ich hier reingelaufen bin in den Park gestern früh. Ich war das letzte Mal vor sechs Jahren da und das ist einfach fantastisch hier. Also auch das Wetter ist jetzt nicht der Hit, aber es ist eine wunderschöne Parkanlage, Erlang ist wunderschön. Also alles, was Rang und Namen hat, hat irgendwie einen Stand und man trifft alle möglichen Leute. Also ich habe Ralf König schon gesehen, wie er schaust, Peter Puck und so die ganzen großen Nummern. Genau, das ist schon cool einfach. Ja, weil du eben auch so ein bisschen Comic-Fan bist, ja auch natürlich, ne? Na klar, also mein inneres Kind verlockt. So ein nach Hause kommen. Genau. Ja, wir haben hier ganz viele solle Veranstaltungen auch beim Salon, unter anderem auch so Preisverleihungen, auf die viele Menschen stehen. Ist das eigentlich ein Thema, das dich interessiert? Ja, ich hatte mich glaube ich einmal für ein E-Com beworben, aber auch schon irgendwie, ich habe da jetzt nicht so das Gefühl, dass ich da unbedingt abräumen kann im Moment noch. Irgendwann wird es natürlich in Jens-Kasper-Preise umbenannt werden müssen. Ne, also tatsächlich, ich mache das für mich, ich habe da auch irgendwie, mittlerweile, ich habe einen Vollzeitjob, ich mache das jetzt auch nicht mehr, weil ich denke, irgendwie damit kann ich groß eine Karriere machen oder so. Das ist einfach, ich mache das gerne, ich finde es schön, also an Comics zu arbeiten und am Ende was Abgeschlossenes zu haben. Und ja. Letzte Frage zum Schluss, eine Fangfrage, was ist eigentlich geiler, Pilz oder Helles? Helles, ganz klar. Also wir können es ja nochmal ausprobieren, vielleicht muss ich Verkostung machen. Genau. Ein Casing. Ein Meinung bilden. Prima. Ja Mensch, Jens, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und weiterhin viel Erfolg mit Libelle und Drachenforst, eine Reihe, die wir von Anfang an verfolgt haben und ich freue mich doch sehr, dass es weiterläuft. Danke dir. Danke dir. Endlich ist es soweit. Es ist der Freitagmorgen, ne Quatsch, der Samstagmorgen, das ist der ganze Tag später, vom Comicsalon in Erdang. Und ich habe echt zwei extrem krasse Superstars, der Comics hier am Start. Unter anderem liegt es daran, dass der eine extrem erfolgreiche Sachen im Internet macht. Ich war letztens auf Webtoon, da wurde mir da irgendwas angezeigt, ich klicke mal drauf, zack, war ich da und zack, habe ich seine ersten drei Episoden seines aktuellen Werkes gelesen. Der andere Jungemann, der hier bei mir sitzt, der darf die Tage mindestens mal eine, wenn nicht gar mehrere Panelveranstaltungen mitnehmen. Ich glaube, heute geht es um Diversität. Ich bin sehr gespannt, was da eigentlich so los ist hier bei diesem Comicsalon 2024 in Erdang. Hallo, ich bin der Andi und wer seid ihr? Ich bin Hannes. Ich bin Ralf. Hannes und Ralf, das Impure-Team ist am Start. Guten Tag. Schon wieder. Schon wieder? Ja. Ja, es ist so. Ja, ja, wir waren ja letztes Mal schon dabei. Ich weiß ganz gut. Ja, das sagt er. Mit dem ersten Band. Was ist eigentlich passiert in den letzten zwei Jahren? Ich glaube, es gibt schon auf jeden Fall einen zweiten Band, ne? Ja, ja, der ist bei Crossfold letztes Jahr erschienen. Ja, genau, letztes Jahr. Pünktlich, wie angekündigt, aber irgendwie gab es keine Pressemitteilung. Aber die wurde ja dann nachgereicht ein Jahr später. War ein wildes Jahr. Ja, und auf Kickstarter haben wir dann auch unsere eigene Hardcover-Version gedruckt. Also ein Directors-Cut, wo auch dann eine schöne Short-Story extra nochmal drin war. Und ja, die ist auch mittlerweile raus. Die habe ich heute das erste Mal auf einer Messe mit dabei, weil ich ja nicht mehr so häufig auf Messen bin. Und ja, haben wir auch die letzten Tage schon das erste Feedback von Lesern bekommen. Ist mal schön, mal wieder zu hören, weil sonst sind die Leser ja so versteckt irgendwo da draußen. Und jetzt hatten sie halt direkt vor der Nase, ne? Ja. Das macht halt Spaß. Beziehungsweise anfassen. Ja, ganz genau. Ich bin sehr glücklich mit dem zweiten Buch. Das ist sehr schön geworden. Holt das mal kurz ab. Auf wie viele Bände war die Reihe angelegt? Vier. Vier. Und Band drei und vier kommen auch da mit Pressemitteilungen, hoffe ich. Ja, Silja bei CrossCode, die ist super nett. Und auch Diana, die vorher da war, super nett. Aber da gab es gerade so Personalmangel. Und deswegen sind wir da so ein bisschen mit unserem Release in einem schlechten Zeitpunkt gekommen. Aber es klappt jetzt alles. Wir sind ja auch super glücklich. Ja, es ist auch so bei, in erster Linie ist es ja ein Indie-Projekt. Es ist ja nur sozusagen in zweiter, Afterthought wird es halt bei CrossCode verlegt. Aber zuerst ist es immer Kickstarter gewesen. Und dann machen wir das so auf unsere Art quasi komplett in Eigenregie. Und das kann halt auch schwierig sein, die Zeit zu finden. Und genau, also zum Beispiel das zweite Buch hatte ich fast in drei Monaten gezeichnet. 120 Seiten in drei Monaten gezeichnet. Weil es war halt genau die Zeitnische, bevor mein anderes Projekt losging, über das wir auch sprechen. Und dann musste das Schlag auf Schlag gehen, weil es gerade gepasst hat. Und dann hoffen wir mal, dass für den dritten Band es halt auch so ein Fenster gibt. Ja. Ja, wir waren gut vorbereitet. Du hast mir das rechtzeitig gesagt. Ich habe mich noch eingestellt. Wo du fertig warst, habe ich dann so fast einen Monat für die Kohle gebraucht. Dann haben wir das Lettering gemacht und haben das pünktlich bei CrossCode abgeliefert. Ja. Und dann habe ich mir etwas Zeit gelassen fürs Kickstarter. Habe es dann gestartet und habe dann die Zeit so ein halbes Jahr benutzt, um unsere persönliche Directors Cut Version für Kickstarter nochmal ein bisschen zu pimpen. Und ich mag beide Versionen. Ich bin auf beide Versionen stolz. Es werden auch beide Versionen gekauft. Aber der Directors Cut ist nochmal unser persönliches Ding. Der läuft dann im Selbstverlag auch komplett? Ja, genau. Es gibt auch noch eine englische Version bei Scout Comics. Da erscheint es ja auch. In Amerika. Genau, in Amerika noch eine Version. Die ist aber erst gerade erschienen. Nee, vorletzten Monat kam das Einzelheft als Promo vom ersten Kapitel da drin. Und gerade ist dann halt der Sammelband mit dem ganzen Buch, was bei CrossCode und bei uns erschienen ist, ist jetzt auch raus. Bei der amerikanischen Version, dass es so spät raus ist, lag es daran, dass es da einen Hurricane gab, der die Druckerei da mal so weggefegt hat. Mega. Sorry, da ist es. Upsi. Genau. Finde bald im Meer. Aber es steht jetzt alles wieder. Scout Comics hat eine lokale Druckerei, wo die ihre Sachen drucken. Und deswegen konnten die nicht unbedingt sofort auf eine andere Druckerei springen. Aber jetzt ist es raus und die Reihenfolge ist uns eigentlich egal, in welcher Reihenfolge das erscheint. Von daher alles gut. Irgendwie erreicht die Klimakrise uns alle. Was ich mich nur frage ist, wie du eigentlich, wie du das mit deiner Zeit anstellst, lieber Hannes. Ich habe nämlich gesehen, dass du noch ein zweites Projekt hast, von dem du gerade gesprochen hast. Ich war wirklich mal wieder auf Webtoon. Das mache ich abends ganz gern, weil so ein, zwei Episoden von was auch immer kann man da mal noch vorm Schlafen. Ja genau, das ist perfekt für nebenbei. Absolut. Und dann hieß es hier, klick da mal drauf, hat eine Webtoon gesagt. Und zack war ich bei was, dass es ganz aktuell von dir gibt. Ich habe die ersten drei, glaube ich, Episoden waren im Zeitpunkt drei gewesen. Erzähl mal, wovon reden wir eigentlich? Ja, also das ist eine Webtoon. Für alle, die nicht so ganz wissen, was das ist. Das ist im Grunde Comics, die im Scroll-Format in bunt. Und aber so, ich sag mal, weitesten Sinne so einen ostasiatischen Manga-Stil fahren. Größtenteils, aber nicht nur. Und die liest man auf dem Handy. Also Comics, die man auf dem Handy liest. Ja genau, und da bin ich seit anderthalb Jahren, fast zwei Jahren dabei. Da habe ich bei einem Wettbewerb mitgemacht. Bei einem Webtoon-Wettbewerb. Call to Action hieß der. Das war, glaube ich, schon 2022. Da habe ich halt ein Pilotprojekt gemacht, nicht gewonnen. Nicht mal in die finale Runde gekommen. Irgendwo vergraben unter den tausend anderen Beiträgen. Aber eine Redakteurin hat den gefunden. Die haben alle tausende Beiträge sich angeguckt. Eine Redakteurin hat den gefunden und fand den super. Dann ging es durch die Hierarchie durch. Ein Riesenkonzern. Das ist ja Naver, südkoreanischer Mammutkonzern, Medienkonzern. Und dann aber die amerikanische Abteilung davon. Ja, klar. Und ja, genau. Und dann sind wir gegen die Produktion los. Und jetzt arbeite ich da seit einem Jahr akut dran. Ja, und das ist ein ganz schöner Akt. Also es ist so, wie ich mir, ich glaube, näher ans Manga zeichnen kommt man nicht ran. Ich wollte als schon immer Manga zeichnen, haben wir, glaube ich, auch letztes Mal vielleicht schon drüber gesprochen, dass es so ein bisschen meinen Stil beeinflusst hat. Und das ist praktisch also der Workflow und das Volumen, das Arbeitsvolumen und die Geschwindigkeit, das ist alles sehr Manga-artig. Ja, es ist ja auch so, dass in Japan, also nicht in Deutschland, aber in Japan, die Manga ja auch kapitelweise erscheinen. Genau. Und auch kapitelweise produziert wird und erst später werden die zusammengefasst in einem Band. Genau, in dem Fall ist es ja, die haben da halt das Season-Format, wie Netflix, kann man sich das vorstellen. Also das ist so wie Netflix für Comics. Ja, gleich den hört man oft. Und ich habe halt eine Season und wenn du dann bestimmte Statistiken erreichst, die vordefiniert sind oder so ein bisschen vage vordefiniert, dann kriegst du eine zweite Season. Also die Auftragsverlängerung dann letztlich. Richtig, ganz genau. Also Vertragsverlängerung und dann würde ich halt ein weiteres Jahr an dem Projekt arbeiten. Darf schon sagen, wie viele Episoden jetzt deine erste Season haben wird? Ja, 35. 35 Episoden werden das sein und jetzt sind gerade drei, vier draußen. Es ist jetzt erst vor zwei Wochen online gegangen. Vielleicht sollten wir einfach mal erwähnen, wie es heißt und worum es geht. Ja, genau. Ah ja, der Inhalt ist, das war das Format, ne? Titel, ja. Der Inhalt ist, das heißt, My Super Eldritch High School Melee Festival. Also den Namen habe ich ausgesucht, weil ich dachte da, ich wollte irgendwas Spaßiges machen, halt was mit Action natürlich. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gerade ein paar Mangas gelesen, Animes geguckt und mir ist aufgefallen, dass halt die Namen alle immer länger werden. Und das ist halt absurde Ausmaße an. Dann dachte ich, ja, da lehne ich mich rein in diese absurden Ausmaße. Und das habe ich dann gemacht. Also im Grunde der Titel ist das Konzept. Und ich dachte halt, ich war fest davon überzeugt, dass die den Titel bestimmt noch eng geändert haben wollen. Der ist bestimmt zu lang und zu merkwürdig. Aber den Titel haben sie exakt so gelesen. Ja, wenn es ein Trend ist, muss man sich anpassen. Ja, genau. Genau, und es ist halt, es geht um High School, Eldritch Horror, Transformation, Werwolfe, Vampire. Äh, Kämpfe, Kämpfe, Piping, Bam, 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 Bam. Ja, genau. Aber mit einer weiblichen Protagonistin. Mit einer weiblichen Protagonistin, ja. Das fand ich den, eigentlich, das war für mich so der Interessante. Ja, das war jetzt eine Premiere für mich. Also ich habe immer, ja, bisher habe ich immer männliche Protagonisten gehabt. Aber ich habe dann, ich musste halt jetzt quasi mein inneres 15-jähriges Mädchen finden. Okay. Aber ich bin mit einer Schwester aufgewachsen, von daher war das nicht so schwer. Alles träumt voll. Anders träumt von Jungs, die ihm Liebesbrief schreiben. Was soll ich sagen? Irgendwo, irgendwas ist drin. Ich kann ja mal von meinem Leserlebnis erzählen. Ich habe das ja gesehen von dir. Kommt, das muss ich jetzt lesen. Ganz geil. Langer Titel, okay. Guck es dir mal an. Und dann dachte ich mir, oh, Horror und Boys Love und Action und oh. Und dann dachte ich mir, geil, Horror und High School Kram. Und es war halt einfach geil gemacht. Es geht ja mit den Klischees. Es bricht ja weit, es gehen die Dinger dann auch auf und so. Und dann macht halt, dann bin ich so ansprechend. Es geht diesen Schritt weiter eben über das Klischee quasi hinaus. Ja. Ich denke, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, als ich das Konzept mir ausgedacht habe, dass es so mein eigentlich persönliches Twin Peaks ist. Natürlich nicht ganz so gediegen, aber so von diesem weirden Mischmasch her. Also du hast diesen weirden Genre-Mix und auch diesen Stimmungswechsel. Bei Twin Peaks hast du ja diese krassen Stimmungswechsel, die so faszinierend sind von absurdem Vorstadtdrama, Soap-Opera zu brutalem Horror, zu Mysterium, zu Akte X. Und so diesen Flair, diesen Charme wollte ich halt haben. Und das dann halt aber mit, statt Soap-Opera ist es halt Anime, Love-Triangle, High School-Kram, Drama. Und dann halt dazu eben diesen Eldritch-Horror so von der Seite so ein bisschen manchmal reingeguckt. Du gehst ja auch von Anfang an in die Vollen. Ist ja nicht so, dass sie uns jetzt irgendwie unsere Protagonisten verheimlicht und sie hat ein Mysterium und es gibt ein Geheimnis. Nö, die ist gleich irgendwie Episode 1 oder 2, ist die Vorlampe gerade mit Vollgas. Und wir sind bescheinend, okay, cool, hier werden keine Gefangenen gemacht. Das fand ich schon eine interessante Herangehensweise. Hast du schon irgendwie Feedback vom Publikum? Hast du schon zum jetzigen Zeitpunkt da irgendwas gehört? Ja, ich hatte hier jetzt schon ein paar Leute, die am Stand waren. Ich habe mir ein Roll-Up-Display gedruckt und es sind tatsächlich Leute, die das lesen. echte Leute, nicht nur echte Menschen, die auf der anderen Seite vom Telefon sitzen. Ja, genau. Und die waren auch sehr interessiert und fasziniert. Also ich habe sehr, sehr positives Feedback auf jeden Fall gekriegt von den Lesern. Ja, ich glaube, das wird auch von Webtoon schon, also so habe ich das immer gesagt bekommen, wird auch schon so gefordert, dass man nicht so lange so eine Einführung hat, die sich ewig zieht, sondern dass man schnell drin ist. Man muss schon den Leser bei Webtoon, die Leserin, mit wenig Material schon schnell dahin bringen, wie es eigentlich läuft. Genau, und das deckt sich, also ich sage mal 35 Episoden, das ist ja ziemlich lang, also es kann eine lange Geschichte sein. Wenn man es drucken würde, wären es vielleicht zwei Manga-Bände oder anderthalb oder so. Und es wären schon mehrere hundert Seiten. Aber der erste Akt, was man normalerweise als ersten Akt betrachten würde, in der klassischen, im Film oder so, das erste Drittel des Films, das muss halt nach den ersten sechs Episoden komplett im Kasten sein. Also der erste Akt, da muss komplett klar sein, worum geht es, wer ist dabei, was ist der Hauptanziehungspunkt von der ganzen Serie, was ist der Charme. Und das deckt sich total, hat sich sehr gedeckt mit meinen eigenen Ambitionen, weil ich merke auch, weil so meine Aufmerksamkeitsspanne leidet unter den Medien. Und ich bin schnell ungeduldig dann, wenn ich merke, dass es nicht vorangeht, weißt, in so einer Geschichte. Ich habe das auch bei vielen Raptoons zum Beispiel gehabt, scroll, 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 scroll. Und dann in der nächsten Episode, scroll, 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 scroll. Okay, wie geht es, wann geht es weiter, wann passiert endlich was so richtig. Also es passieren Dinge, aber es geht nicht voran im Plot und in der Geschichte, dramaturgisch betrachtet. Episoden lang nur Talking Heads, geht immer um dasselbe Thema, ich liebe mich, ich liebe mich nicht, keine Ahnung. Ja, und ich habe mir vorgenommen, meine persönliche Ambition dabei ist halt, ich möchte, dass halt in jeder Episode wirklich was Entscheidendes passiert von der Geschichte. Dass sozusagen keine Episode darf verzichtbar sein. Und soll halt einen echten, so einen emotionalen, narrativen, dramaturgischen Wert liefern für den Leser. Und ja, genau. Und ich wollte nicht dieses Fußgängerische, also da soll schon was drin sein. Und idealerweise auch einen mehrfachen Lesewert haben. Also, wenn ich überlege, meine Lieblingsgeschichten, die habe ich also, keine Ahnung, Akira oder so, meine ersten Akira-Bände, die ich hatte, die habe ich zerlesen. Also die sind auseinandergefallen, die Bücher, weil ich die so oft gelesen habe. Und so ein Ding wollte ich auch haben. Und vor allem ist es auch voller Action. Du hast also ganz viele von diesen Szenen drin, die einfach erstmal haut drauf. Weiß auch gar nicht genau, wegen wen, aber scheinbar ist es echt gerade ein brutaler Kampf. Und auch in Epicness Deluxe voller, also wenn da jetzt irgendwann mal einer Saiyajin Level 3 erreicht, ich werde nicht überrascht, sage ich mal. Ja, ich möchte nicht spoilern. Also mega, macht mega Spaß. Und ich meine, die ersten drei Episoden, das gibt es gerade so, Leute, guckt es euch mal an. Wirklich, ihr habt ein Handy wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt eh neben euch liegen und hört diesen Podcast darauf. Schaut mal drauf, Webtoon sowieso eine tolle Sache, spätestens als Abendlektüre. Und wenn man dabei noch tolle Geschichten vom Hannes lesen kann, warum denn nicht? Kommentieren, liken und Abo hinterlassen. Genau. Ist auch wichtig, ne, für den Algorithmus, die lieben das. Ja, auf jeden Fall, für den Algorithmus, die Likes, die Subscriptions. Ja, brauche auch. Like, favorite, subscribe, ring the bell. Doch, auch für seine zweite Season. Ja, genau, ich brauche halt, ich muss bestimmte Statistiken erreichen. Ja, genau. Aber es kann noch so gut sein, noch so beliebt sein, wenn die Interaktionen nicht da sind auf der App. Das steht halt in den Sternen, das kann ich noch nicht sagen. Also die Stats kommen dann so langsam reingetröpfelt über die nächsten Wochen, Monate. Ist ja gerade erst gelauncht, deswegen kann ich es so nicht abschätzen. Genau, und ja. Mir ist auch aufgefallen in der Vorbereitung, dass du andere Dinge, glaube ich, inzwischen auch hast drucken lassen, die es noch nicht gedruckt gab. Erzähl mal nochmal kurz, noch kurz der Schwenk auch zu anderen Serien von dir. Was hast du hier mit beim Salon, was zeigst du dem Publikum? Achso, ja, Sachen, die ich auch selber independent produziert habe. Das war Of Stars Profaned. Der ist ja im letzten Jahr, es ist so in das letzte Kapitel gegangen, das habe ich dann abgeschlossen damit. Ich wollte dann auf lange Sicht einen zweiten Story-Arc machen, aber das ist so ein Ding, das ist so nebenberuflich, sage ich mal. Das ist halt, das mache ich komplett, das ist so mein Baby, das ist so abgekapselt. Und das mache ich dann, wenn es soweit ist, dann möchte ich mir auch Zeit lassen. Aber ja, genau, das habe ich alles dabei. Illustrationen und so, das ist so das, mit dem ich hier bin. Mit dem eigenen Stand oder am Stand der Solidarity, wo bist du da aufgestellt? Am eigenen Stand, in Halle D. Bist du zufrieden mit Halle D und ihrer Lage und ihrer Ausschilderung? Also ja, es ist halt ein bisschen ab vom Schuss, so habe ich das Gefühl. Ich habe das, aber die Leute finden es, scheint. Und also da, aber ich bin mit der Lage und so, also mit dem Raum sehr zufrieden. Es ist schön, es ist angenehm, es regnet nicht rein. Ist auch gut, ja. Die sind direkt am Fenster zufällig gelegen. Es gibt Platz zwischen den Ständen. Also wenn man in den anderen Hallen ist, es gibt es nicht viel Raum. Man denkt ja, die Verlagshalle, Halle A, sollte die beste sein. Sehr gepackt, ja. Aber die ist sehr voll und es gibt nicht viel Platz. Wir signieren ja da bei CrossCult und sehen, dass wir in erster Linie immer vor uns direkt. Und da ist es stickig, es ist eng, es ist laut. Dagegen ist es schon ein bisschen luxuriös in Halle D. Und bei uns ist es so irgendwie schönes Ambiente. Mit Kronleuchter, genau. Wir haben Fenster hinter uns, das heißt, wenn es doch muffig wird. Einfach Fenster auf. Fenster auf. Falls die Kofferkäufer nicht stimmen, einfach rausspringen. Ja, wird nicht so schlimm sein, weil es nicht so hoch ist. Und ja, es gibt jetzt Unwetter in Erlangen über die Nacht oder gab es oder gibt es vielleicht immer noch. Und in den anderen Hallen mussten jetzt Vorkehrungen getroffen werden, damit die Stände nicht unbedingt nass werden oder umgewirbelt werden. Und bei uns, wir mussten nur die Tür zumachen. Ja, letztes Jahr war es die Hitze, dieses Jahr ist es die Nässe. Ja, also es ist komplett opposite. Aber es regnet ja eigentlich die ganze Zeit, ist es wirklich Unwetter? Ist es wirklich Störung? Also es gab... Wir haben gestern Dinge angekündigt, die klangen wirklich krass apokalyptisch. Die haben zum Beispiel die komplette DATEV-Bühne nicht mehr bespielt, alles verlegt und so. Aber das ist halt einfach jetzt auch mal, noch ist nur Regen. Ja, also ob es jetzt passiert ist oder nicht passiert ist, egal, aber wir mussten uns keine Sorgen machen, als wir heute aufgewacht sind, mussten uns nicht da machen, aber es steht unser Stand noch. Also man geht sorgenfrei ins Bett. Im Reduttensaal, im selben Gebäude, in dem auch das Magraventheater ist, in dem gestern die Max- und Moritz-Gala stattfand. Auch ein Preis, den ihr kennt. Genau, Alter, dann lass doch mal kurz den Schwenk eben auch machen, zum Beispiel zur Bühne von Halle D. Lieber Ralf, da wirst du auch sein. Ist das richtig? Ja, ich war da auch schon. Ich hatte am Donnerstag einen Vortrag zum Thema Verlagsbewerbung. Da habe ich so, also ich mache das ja schon seit über zehn Jahren, mich bei Verlagen bewerben, pitchen und habe auch ein bisschen schon Erfolg gehabt, bei Großen und bei Kleineren. Und über die Jahre habe ich immer sehr viel Hilfe von anderen bekommen und ich dachte mir, ja gebe ich das mal auch immer ein bisschen weiter. Und habe ich auch eigentlich schon vor sechs Jahren, beim vorletzten eher lang, habe ich jetzt richtig gerechnet, ich weiß es nicht, habe ich sogar schon bei dem digitalen Stream gemacht. Der kam sehr gut an zu einem Thema, wie man Comics macht und dann letztes Jahr habe ich auch einen Vortrag gegeben, wie man also Comics-Skripte schreibt. Und dieses Jahr dachte ich mir, gehe ich mal in den nächsten Schritt, wie bewerbe ich mich dann bei einem Verlag und habe dann darüber einen Vortrag gehalten. Ursprünglich hatte ich einen Workshop-Raum bekommen, dachte ich, mache ich das so, so eine Art Klassenzimmer, wo man so auf gleicher Ebene so ein bisschen sich auch austauschen kann. Und dann können die mir auch Fragen stellen, dann kann ich auch ein bisschen Feedback geben. Dann wurde aber ein bisschen hin und her geschoben, der Workshop-Raum wurde mir weggenommen und dann ist das mit anderen Sachen kollidiert. Dann mussten wir den Termin verschieben und dann sind wir dann auf Donnerstag gekommen, weil ursprünglich sollte das glaube ich am Samstag stattfinden oder am Freitag. Und dann habe ich stattdessen eine Bühne bekommen mit so ein paar Stühlen davor und ich dachte mir, vielleicht kommen ein, zwei Leute, aber es war dann rappelvoll. Es war so voll, dass die ganze Solidarity lahmgelegt wurde und die Leute standen und saßen auf dem Boden und die Technik hat auch noch nicht gestanden, weil es war halt der erste Tag der Messe und es wurde noch aufgebaut. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, das was übrigens auch letztes Jahr passiert ist, Technik hat nicht funktioniert erst mal, und dann habe ich die Gelegenheit genutzt, erst mal so zu fragen, hier, wie sieht das aus? Habt ihr schon Verlagsbewerbung versucht oder was genau möchtet ihr wissen? Und haben mal so eine offene Fragerunde gestartet. Und das hat dann schon so die Türen geöffnet zur gegenseitigen Kommunikation, was ich sehr... Es war also ein Workshop aufgebaut und nicht als Vortrag in dem Sinne? Ja, es war schon ein Vortrag, man konnte mir nur Fragen dabei stellen und dann habe ich sehr viel erzählt da schon und es überraschenderweise, also ich habe nicht damit gerechnet, war das doch sehr erfolgreich. Und die Nachfrage war sehr groß und die waren alle bis zum Ende da, bis ich dann nicht mehr konnte, weil ich so Signierstunden musste. Und im Nachhinein hat sich aber herausgestellt, dass Leute, die auf das Programm, auf die gedruckte Version geguckt haben vom Erlangen, da stand nämlich noch die ursprüngliche Uhrzeit, kamen dann gestern. Und haben dann gefragt, wo ist denn der Workshop? Und ja, da musste die Solidarity dann verdrösten sagen, Termin wurde verschoben und stand zwar auch auf der Internetseite, aber es guckt nicht jeder unbedingt auf die Internetseite, wenn man ein gedrucktes Programm hat. Und die waren dann natürlich auch nicht so glücklich, also es tut mir auch furchtbar leid, aber das Problem ist, die Leute, die gestern noch gekommen waren, wenn die auch noch am Donnerstag gekommen wären, wir hätten den Saal gesprengt, wir hätten das abbrechen müssen, dann wäre es nicht mehr möglich gewesen. Wir sind in eine Brandschutzgefahr. Also wir haben die Kapazitäten mit den Leuten, die dann kamen, schon gesprengt. Wenn die, die gestern kamen, auch noch dazu gekommen wären, dann wäre das ein Problem gewesen. Ich habe schon gehört, es ist so voll, dass man teilweise am Stand der Solidarity eigentlich gar nicht richtig rankommt. Wie gesagt, der war lahmgelegt, der war komplett lahmgelegt. Natürlich waren die jetzt darüber nicht wütend oder so, weil es war ja eine Veranstaltung der Solidarity, daher ist das vollkommen möglich gewesen, aber man konnte am Stand der Solidarity halt nichts mehr machen, weil überall dann die Leute davor standen und saßen, die eigentlich meinem Vortrag gefolgt sind. Und rechts war ja auch eine Theke, die war auch komplett blockiert und die Stühle waren alle voll und zwischen den Stühlen saßen und standen noch Leute. Das ging bis in den Flur zur Treppe und hoffen wir, dass wir vielleicht, wenn wir sowas wiederholen, man mir zutraut, wieder einen Vorlesungssaal zu geben, weil den habe ich beim letzten Mal auch gefüllt. Deswegen habe ich nicht verstanden, warum ich dieses Jahr nicht auch wieder was kriege, wo etwas mehr Platz ist. Aber passen so sehr viel mehr Leute hier in die Vorlesungssäle? Ich kenne die ja inzwischen auch, weil da auch Panels von mir stattfinden. Es passen ja viel mehr Leute ins Publikum, als jetzt bei dem, was ihr da jetzt habt? Ja, auf jeden Fall. Es ist mehr Luft da, sagen wir es mal so und ist jetzt auch für die Brandschutz ein bisschen besser, weil die Vorlesungssäle dazu gemacht sind. Aber die Vorlesungssäle, die du kennst und die wir kennen, das sind sogar nur die Kleinen. Es gibt noch Größere. Aber ich glaube, nur die Kleinen dürfen wir benutzen für die Messe oder durften wir letztes Jahr für die Messe benutzen. Und den haben wir schon auch gefüllt. Gut, da standen auch Leute an den Seiten, aber da war es nicht so extrem. Und da hat alles pünktlich stattgefunden, so wie angekündigt. Also wenn das so dieses Jahr wieder stattgefunden hätte, das wäre besser gewesen. Und heute gibt es wieder einen Vortrag. Heute ist ja von der Solidarity eine Aktion Comics gegen Rechts. Und in dem Zusammenhang erzähle ich ein bisschen darüber, wie ich Diversität in Comics betrachte. Dabei will ich weniger irgendwie predigen. Ihr sollt alle diverse Comics machen, sondern ich will so ein bisschen mich mit den Ängsten oder vielleicht Sorgen oder mit den Hindernissen, die man vielleicht sieht als Autor oder Autorin beschäftigen. Es gibt Leute, die zwar sagen, ich würde gerne ein bisschen mehr Diversität reinbringen, aber ich traue mich vielleicht nicht. Ich habe die und die Bedenken und damit will ich mich so ein bisschen beschäftigen. Weil du auch super viel Erfahrung hast und auch verschiedene Sachen gemacht hast. Wie divers sind denn deine Figuren? Ich würde sagen, ich versuche mir weniger darüber Gedanken zu machen, dass die divers sind, sondern ich versuche einfach ein bisschen, dass Diversität spiegelt mehr unsere Realität. Weil die reale Welt, in die wir leben, ist nun mal divers. Da sind nicht alle nur weiß oder alle nur dünn oder nur dick oder alle nur blond. Alle doof. Okay, da können wir uns vielleicht ein bisschen einig sein. Aber grundsätzlich, das Konzept ist, oder der Gedanke, warum Diversität so wichtig ist, weil es die reale Welt widerspiegelt. Und genau das versuche ich ja auch in meinen Comics. Also ich habe mir nie Gedanken gemacht, meine Protagonistin in Zinoba muss jetzt weiblich und schwarz sein. Sondern es hat einfach gepasst von dem Gefühl, das ich dabei hatte. Es war weniger die Intention, das divers zu machen. Weil das Setting, in dem ein Teil der Story spielt, ist halt auch Afrika. Und da wollte ich halt eine coole Actionheldin dann machen in dem Setting. Und so gehe ich eigentlich fast jede Geschichte an. Hannes hatten wir das Thema ja auch vorhin. Und das ist weniger der Zwang, das machen zu wollen. Sondern es fühlt sich halt für uns oder für mich jetzt sehr natürlich an, das so zu machen. Und es fühlt sich irgendwie sehr unnatürlich an, das nicht so zu machen. Also heute im Anschluss nach dem Panel Comics gegen rechts kann man direkt zu dir kommen. Und danach die Johanna Baumann übrigens hören. Die Schlogger, die ist heute auch nochmal am Start hier zum Gespräch beim Tele-Stammtisch. Ja geil. Und vielleicht nochmal kurz zur Comic-Seite deines Jobs. Wie sieht es denn da gerade aktuell aus? Wie aktiv bist du gerade mit Comics machen beschäftigt? Ja, also ich habe mich tatsächlich das letzte halbe Jahr mit Videospielen eigentlich mehr beschäftigt. Aber tatsächlich habe ich noch Comic-Projekte in der Pipeline. Und natürlich Impure 3 ist noch in der Produktion. Also Comics machen tue ich immer noch. In der Pre-Production. Ja, ja. Man schreibt es dann. Man muss es am Skript schreiben. Der Plot steht schon für Buch 3. Das Skript ist schon angefangen, ist schon sehr poliert. Ich denke mal, der Fluss wird so wie die Produktion von Buch 2 sein, dass wir einfach warten, wann Hannes Zeit hat. Hoffentlich zwischen Season 1 und Season 2. Also Season 2 gehen wir schon davon aus, dass es die geben soll. Und dann gucken wir, dass wir irgendwo zwischen seinen Web tun, zwischen Season 1 und 2 so einen Puffer finden, wo er dann schnell durchziehen kann. Und ja, dann gibt es noch andere Projekte, über die ich noch nicht so viel reden darf. Aber Comics mache ich noch. Aber es gibt jetzt nichts, was irgendwie werbebedürftig ist oder schon werbereif ist. Also so wie das klingt auch mit deinem quasi Vortragsprogramm, das du hier hast, klingt das wie was, was du zum Beispiel auch an der Volkshochschule machen könntest und online machen könntest. Erzähl mal davon. Also ich gebe tatsächlich mittlerweile auch regelmäßig Kurse an Schulen. In Aachen habe ich letztes Jahr an einer Gesamtschule einen Zwei-Wöchchen-Kurs zu dem Thema gegeben. Das war so ein Projektwochen. Das war sehr schlauchend, weil ich mich an Aufstehzeiten von der Schule erstmal gewöhne. Der Tag-und-Nacht-Rhythmus ist einmal umgekehrt. War zwar auch auf einer Gesamtschule, also auf einer Ganztagsschule, aber das ist schon ewig her und so früh aufstehen, so lange arbeiten durch, war ich erstmal nicht mehr so gewohnt. Kinder haben so viel Energie. Arbeiten und Kinder, hallo, ja, wir kommen in der echten Welt. Ja, musste ich zwei Wochen durchziehen. Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein richtig tolles Projekt zusammenbekommen. Wir haben sogar ein gedrucktes Heft am Ende gehabt. Dann gebe ich an einer Kunstschule, die es in Bremen und in Hamburg gibt, das sind so zwei Schwesternschulen, habe ich letztes Jahr in Hamburg einen Dreitägigen-Kurs gegeben. Mache ich im Juli wieder, einmal in Bremen bei der Schwesternschule und gleichzeitig dann immer in Hamburg. Für eine Woche mache ich dann einen kompletten Kurs. Dann versuche ich, junge Leute dabei zu helfen, bis zum Ende der Woche einen kompletten Comic von Anfang bis zum Ende produziert zu haben. Also das macht mir sehr viel Spaß, das Unterrichten und dementsprechend ist dann so derzeit mein Content-Output anderen zu vermitteln, wie sie auch Content rauskriegen. Das ist eigentlich eine geile Idee, denn da haben die innerhalb von einer Woche ja auch ein Erfolgserlebnis und haben immer was in der Hand und können dann vielleicht sogar zeigen und dann kriegen sie noch Feedback und können vielleicht weitermachen und so. Also coole Sache. Joa, Comicsalon 2024, ist ein bisschen nass, haben wir schon festgestellt. Eucht fröhlich. Wie laufen eigentlich die Signierstunden? Ja gut, besser als letztes Mal tatsächlich, ne? Gestern lief es besser als vorgestern, vorgestern war es sehr bescheiden. Gestern lief es besser, was mich besonders gefreut hat. Und es kamen Leute, die unser erstes Buch gekauft haben wieder. Die waren beim letzten Erlang dabei und die kamen jetzt wieder. Also einer kam wirklich nur nach Erlang, um sich das zweite Buch zu holen und von uns dignieren zu lassen. Einer war sogar da, der wollte sich das zweite Buch signieren lassen, aber hat es zu Hause vergessen und hat sich das zweite Buch deswegen nochmal gekauft, nur um es von uns dignieren zu bekommen. Die Hard Fans. Ja, das Interessante finde ich, wenn die Leute wirklich ankommen, also ich meine Qualität über Quantität, ne? Also wenn, weil wir hatten Leute da, die wirklich sehr intensiv sich schon mit dem Inhalt beschäftigt hatten, ne? Also der hatte wirklich extrem präzise, zielgerichtete Fragen über das Setting, über, wo kommt das her, was ist das? Hatte noch Fragen, ist mir bei zum Beispiel Eldritch Festival da auch passiert gestern, ne? Dass da Leute am Stand waren und das ist halt besonders cool. Ja, bei uns fühlt sich der Tisch nicht so wie bei Victor Santos. Aber dafür die Leute, die dann doch kommen, die zeigen da halt den Stand. Aber ich muss sagen, es sind deutlich mehr Leute da als zum Beispiel letztes Mal in Stuttgart, als wir die Signierstunden hatten bei CrossCult. Also ich habe das schon das Gefühl. Es kamen mehr Leute wegen uns, sagen wir es so. Ich hatte auch schon das Gefühl, dass mit dem zweiten Band ist ein bisschen, da war ein bisschen mehr schon irgendwie. Das war so mein Eindruck. Ist ja auch so, dass der zweite Band meistens nochmal Werbung für den ersten Band ist. Ja, genau. Wir reden also von einem Erfolgsprojekt. Ja, auf jeden Fall. Das freut mich wirklich mega zu hören. Mensch Jungs, vielen, 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 vielen Dank, dass ihr heute da wart und ein bisschen auch aktuelle Projekte vorgestellt habt. Ich würde dringend empfehlen, liebes Publikum, dass ihr mal hier die Shownotes guckt und euch auch mal einen Eindruck davon macht, was es gerade bei Hannes gibt, vor allem wo es das gibt, wo man auf Webtoons klicken muss und falls euch die langen Titel nicht gemerkt haben solltet. Genau, wenn du da einen Link reinpacken kannst. Sowieso, machen wir immer. Und dann natürlich auch mal zu gucken, was beim Ralf noch so geht und ob der vielleicht auch in eurer Schule mal einen Kurs geben könnte. Also Berlin gebe ich vielleicht demnächst auch was, aber es steht noch in Sternen. Aber ich assistiere auch Hannes ja ein bisschen. Ja, das haben wir gar nicht erwähnt. Ab der Mitte hat er mich gefragt, ob ich ein bisschen helfen kann. Genau, richtig. Also Manga-Style. Ja, ich bin so nebenher noch sein Asi. Ja, Webtoons halt, das wird dann so schnell so viel, dass du eigentlich ein Team brauchst. Ja, also wenn du genug verdienst irgendwann, dann musst du auch Assistenten haben, weil je erfolgreicher du wirst, desto mehr musst du abliefern. Das ist nicht so, dass man sagt, der ist erfolgreich, der kann sich jetzt ausrufen. Ja, genau. Sondern wenn du Erfolg, das ist in Japan beim Manga auch so, die erfolgreicher du wirst, mehr musst du dann am Ende leisten. Wie viele Assistenten hat der Ichiro Oda? Ja, ja. Von 20 Stück, ich weiß es nicht, ne? Also das ist krass, man muss sich echt sehr, sehr, sehr konzentrieren. Wahrscheinlich irgendwann komme ich wahrscheinlich in den, also wenn ich Glück habe, komme ich irgendwann in die Lage, dass ich wahrscheinlich nur noch Storyboards machen kann. Nur noch scribbeln, den Rest. Also, was heißt, das Problem ist, dass es anstrengend ist, da an der ganzen Sache Storyboarden oder die Thumbnails zu machen, die Story sich auch so zu denken. Das ist, finde ich, das ist halt auf jeden Fall am forderndsten. Man muss sich am stärksten konzentrieren, das zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das acht Stunden am Tag oder zwölf Stunden am Tag wie auch immer machen könnte. Das ist schon hart. Wenn die Anime-Adaption kommt, dann kriegst du so viel Erfolg und so viel Kohle. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, ich merke schon, Siegel, Grumpy Roll, wir sind dabei. Shoutout an Tatjana, die sitzt in dem Publikum, die ist auch der Assistent dabei. Deine Entourage arbeitet gleich. Mega gut. Jungs, vielen, vielen Dank. Ich lasse es krachen und viel Erfolg noch hier weiterhin beim Comicsalon in Erlangen. Bis dahin, tschüss. Ciao. Sie ist wieder da und ich freue mich mega, denn sie hat hier beim Salon eine Menge Dinge zu tun. Sie hat ja auch Panels, Veranstaltungen und sonstige Sachen. Ich habe sie hin und wieder auch schon in einem Panel als Publikumsteilnehmerin quasi sitzen sehen. Schön, dass sie da ist. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du? Ich bin die Verena Maser. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Du hast dieses Jahr einiges zu tun hier auf dem Salon, oder? Ja, heute mache ich einen Vortrag zum Thema Girls Love. Also Liebe zwischen Mädchen im japanischen Manga und morgen mache ich nochmal meinen Workshop zum Manga Übersetzen. Nochmal dein Workshop? Ich habe den 2022 schon mal gemacht und diesmal nochmal, weil damals, also es dürfen oder können immer nur 15 Leute ungefähr teilnehmen und letztes Mal war es schon voll und einige konnten nicht mehr mitmachen. Dann haben wir gesagt, hey, wird auch cool, wir müssen dieses Jahr nochmal machen und dann haben die Leute nochmal eine Chance. Lass doch gerne mal, wenn du möchtest, ein bisschen auf die Inhalte der jeweiligen Veranstaltung eingehen. Dieser Workshop, wie ist der aufgebaut mit dem Übersetzen? Wie machst du das? Also ich gehe immer davon aus, dass die Leute kein Japanisch können, natürlich. Und deswegen mache ich erstmal so, ja, viertelhalbe Stunde rum ein bisschen Einführung in die japanische Sprache. Was muss man da beachten? Wie ist die Grammatik so aufgebaut? Wie funktioniert das alles? Wie diese Zeichen aufgebaut sind und so weiter. Dann können die Leute auch mal so ein bisschen mitraten und gucken, was sie schon verstanden haben oder auch nicht. Und dann machen wir ein bisschen so Grundlagen des Übersetzens. Also wie funktioniert das überhaupt? Welche Schwierigkeiten gibt es? Dass es eben nicht eins zu eins ist, dass man ein Wort nimmt und in ein anderes Wort übersetzt und dann ist man fertig. Das wäre schön, aber es ist halt nicht so. Und sowas wie Soundwords und lustige Sachen. Und am Schluss machen wir dann noch einen Blog mit gemeinsamen Übersetzen. Also ich habe so drei Kurzgeschichten rausgesucht, die ich schon mal so roh vorübersetzt habe. Und dann können die Leute gucken, was sie daraus machen oder auch nicht. Und da trägt man sich dann vorab ein in der Liste, muss sich quasi anmelden und kann dann teilnehmen am Workshop. Genau. Also eigentlich ist gedacht so, dass man, ich glaube, man muss eine E-Mail schreiben oder man geht zum Infozelt irgendwas und kann sich anmelden. Aber wir haben gesagt, also wenn Leute spontan vorbeikommen und sagen, hey, ich konnte mich nicht mehr anmelden, dann nehmen wir die auch noch mit rein. Also ich glaube 15 Leute, ich glaube das Maximum war irgendwie so 18, haben wir gesagt, weil dann wird es auch schwierig mit dem Workshoppen sozusagen. Ja, aber wer Lust hat, gerne vorbeikommen. Es ist auch für alle Altersstufen. Es ist kein Gore und Blood zu erwarten und keine Sex-Szenen. Also da kann man auch Kinder mitnehmen, wenn sie sich dafür interessieren. Kein Problem. Und im zweiten Panel, da geht es um Girls Love, hast du gemeint. Genau. Was sind da die Hintergründe? Wie setzt sich das zusammen und warum nicht Boys Love? Also zum einen, weil es für Boys Love schon öfter mal Veranstaltungen gibt. Also das Gefühl zumindest, weil Girls Love ist die Nische und Boys Love ist der Mainstream in Anführungsstrichen. Und es ist ja auch so, ich habe meinen Doktortitel deswegen, weil ich eine Doktorarbeit geschrieben habe zum Thema Girls Love oder Liebe zwischen Mädchen im Manga von 1890 bis 2012 oder sowas. Und ja, aus diesem Wissensschatz schöpfe ich immer noch, weil es auch seither nicht so viele Arbeiten zu dem Thema gab und weil ich so die Einzige im deutschsprachigen Raum bin eigentlich, die sich mit dem Thema auskennt. Und deswegen werde ich dazu immer gerne gefragt und deswegen update ich immer das, was ich so habe und ja, präsentiere das dann den Leuten. Und wie baust du das inhaltlich auf? Also ich erzähle ein bisschen was zur Situation von lesbischen Frauen in Japan natürlich, wenn man so ein bisschen guckt, weil darüber weiß das Publikum in aller Regel ja auch nichts. Und dann schauen wir uns an, wie das Genre entstanden ist in Japan, wie die wechselvolle Geschichte aussah. Aber wir gucken uns an, was für Inhalte drin sind, was die Fans sind, Verlage, KünstlerInnen, die dahinter stehen und auch warum das gelesen wird, soweit man das weiß oder auch nicht. Und ich präsentiere ein paar aktuelle Titel, die man auch auf Deutsch lesen kann und wir machen noch so ein Schlaglicht nach Südostasie und auch nach Deutschland zu dem Thema. Wow, und dafür hast du fünf Stunden Zeit? Nein, also laut PowerPoint müsste es in 40 Minuten durchgehen. Ich bin ganz guter Dinge. Top, alles klar, viel Erfolg. Beide Veranstaltungen stehen ja für mich auch ein bisschen repräsentativ dafür, dass der Manga in diesem Jahr eine überraschend große Rolle spielt auf dem Salon. Es ist lange überfällig, es wird lange Zeit, die Gründe dafür sind offensichtlicher Natur. Wie denkst du, ist es in diesem Jahr gelungen, Manga beim Comicsalon zu repräsentieren? Ich glaube, dass sich ganz viele Leute einzeln gedacht haben, dass Manga mehr da sein muss. Also das Comic-Museum hatte einzeln die Idee, wir wollen was mit Manga machen. Pushcart aus Fürth, die den Manga-Schwerpunkt mit organisiert haben und die auch mich angefragt haben, hatten auch einzeln die Idee, wir wollen mehr machen mit Manga. Joachim Kaps ist auch schon ewig mit dabei und sagt, wir müssen mehr Manga auf dem Comicsalon machen. Und ja, und der Comicsalon selber ist auch jedes Jahr so, wir müssen mehr Manga machen. Und ja, es ist halt einfach zusammengekommen, dass das funktioniert hat, zum Glück. Jetzt gibt es da verschiedene Dinge, unter anderem diese Ausstellung ja auch, die sie gemacht haben, auch Manga-KünstlerInnen, die wir auch teilweise hier im Interview haben, das Liebespublikum, das könnt ihr euch da gerne nochmal genauer anhören. Und da ist ja einiges auch in der Mache. Wir haben ja auch viele tolle deutschsprachige Comic-KünstlerInnen. Bei der Produktion dieser Bücher bist du da natürlich nicht beteiligt, weil da gibt es nicht so viel zu übersetzen. Andere Dinge übersetzt du aber durchaus. Unter anderem vermutlich, was du da gerade hingelegt hast, was hier gerade auf unserem Tisch liegt, was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht eines meiner aktuellen Projekte, das heißt Chihikawa, süßer kleiner Fratz, erschienen bei Tokio Pop. Band 1 ist jetzt zur Leipziger Buchmesse erschienen. Es ist in Japan, es ist vor allem ein Kulturphänomen. In Chihikawa geht es um ein kleines, süßes Tier. Man weiß es nicht so genau. Es ist klein und weiß, es sieht aus wie ein Bär, aber es ist kein Bär. Es könnte auch eine Ratte oder Maus sein. Man weiß es nicht so, man weiß auch nicht das Geschlecht. Chihikawa kann nicht sprechen, also deswegen kann Chihikawa auch nicht für sich sagen, was es ist. Und Chihikawa hat zwei FreundInnen, da weiß man das Geschlecht auch nicht. Hachiwara ist eine Katze und Usagi ist ein Häschen. Usagi kann auch nicht reden oder nur so Standardlaute, nenne ich das jetzt mal. Und die erleben in ihrer Welt lustige und manchmal auch ziemlich traurige Abenteuer. Sie essen sehr viel japanisches Essen und sie leben in einer Welt, in der sie für menschliche Rüstungen arbeiten müssen. Es gibt drei Jobs, die man machen kann. Entweder man macht Unkrautjäten, man kann Zitrone etikettieren oder man kann Monster unterwerfen. Okay, cool. Und ich finde besonders die Episoden, wo sie Monster unterwerfen müssen, erinnere mich immer an meine eigene Arbeit, weil sie immer so sind, ja, ich muss das jetzt machen, damit ich Geld kriege, damit ich mir was kaufen kann, was ich gerne möchte. Aber irgendwie, ich habe Angst und die Dinger sind auch ziemlich gefährlich und ich möchte es eigentlich auch gar nicht, aber ich muss. Und ich so, ja, mh, kenne ich irgendwoher. Und man muss sich auch weiterqualifizieren, um mehr Honorar zu kriegen und sowas. Also es ist schon sehr, 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 sehr menschlich, was sie da erleben. Und aber auch ziemlich lustig und niedlich. Ja, das sind einfach kleine, abgeschossene Storys oder hängt es zusammen? Ja, also teilweise sind es nur einseitige Storys, teilweise gehen die auch mal über zehn Seiten oder so. Ich glaube, die längsten gehen so zehn, zwölf Seiten. Aber es ist, also man kann das auch mal so im Zug lesen, man kann es mal eben weglegen, man kann es auch längere Zeit nicht lesen. Also es ist ursprünglich mal auf Twitter entstanden. Deswegen waren das erstmal nur so abgeschlossene Sachen eigentlich und wurde dann immer länger, weil die Leute mehr haben wollten. Und du sagst Phänomen aus Japan, weil es so unerklich ist, wo der Erfolg herkommt oder einfach weil es so eine Sensation ist, weil so viele Leute das lesen? Es ist an vielen Stellen sehr japanisch. Also wie gesagt, das Essen spielt eine unglaublich große Rolle und die essen auch viele Sachen, die es in Realität gibt. Also das kann man dann nachkaufen sozusagen. Und es gibt auch so Szenen, wo sie zum Beispiel zu japanischen Kinderliedern tanzen oder sowas, was ich schlecht übersetzen kann. Aber das, also wo sie halt anknüpfen an Sachen, die das Publikum drüben kennt. Und zum anderen sind die, die Texte sind sehr zitierbar, weil es, also es gibt nur sehr wenig Text, aber der Text, der da ist, der muss halt dann sitzen, weil der wirklich so, ja, Zitatpotenzial hat. Und ja, was ich auch festgestellt habe, es bietet sehr viel Raum für Interpretationen, weil die Geschichten so kurz sind und teilweise auch kein richtiges Ende haben. Und dann gibt es dann so Aussagen wie, ja, also das Flughörnchen da, ich glaube, das Flughörnchen ist eigentlich gar kein echtes Flughörnchen, sondern das wurde von dem einen Monster gefressen. Und das Monster spielt jetzt das Flughörnchen. Okay. Ja, also, weil das sehr offen gehalten ist und, ja, also drüben wird man mit Merchandising zugeschüttet. Ich hoffe, das kommt ja auch noch irgendwann an. Also sehr kurzweilige, interessante, lustige, kurze Geschichten. Ja. Ist da auch so ein bisschen, wenn man so viel, so, auch ja, ich könnte mir vorstellen, dass viel so Alltägliches damit auch eingebaut wird oder eine gewisse Interpretation von vielleicht eben auch, ja, wirklich, meinetwegen für den Job stehende Geschichten und so, ist hier auch eine gewisse Gesellschaftskritik mit versteckt? Kann ich mir durchaus vorstellen. Also, ich glaube, dass es durchaus ein Phänomen ist und sagt, ich bin sehr niedlich, aber hinter dem niedlichen verstecke ich was, was eigentlich total hart ist und, also, man hat schon auch Mitleid mit T-Cover und es gibt irgendwie so, gab es auch auf Twitter, habe ich neulich einen Tweet gelesen von wegen, ja, einer hat sich so ein, wie nennt man das, so eine DIN-A4-Folie gekauft, wo eine Szene abgebildet ist aus dem Buch, wo die Katze also sagt, traurig, einsam und allein und verlassen und der meint dann so, ja, und da tue ich meine Steuerunterlagen rein. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, das kenne ich auch irgendwoher. Auf Twitter? Darf man auch auf Twitter sein? Ich sage auf Twitter, weil alles andere finde ich dämlich. Okay, alles klar. Ja, Mensch, mega, das kann man hier kaufen. Tuki Pop ist nicht am Start, ne? Die haben, sind am Buchgemeinschaftsstand, aber ich glaube, die Cover haben sie auch gar nicht dabei. Ja, also, vielleicht hat es die Sammlerecke, da habe ich nicht geguckt. Und, ja, doof. Bist du eigentlich immer noch auch ein Stück weit als Gast hier, als Gästin unterwegs oder ist es schon Arbeit? Das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall anstrengend und stressig. Es ist, es ist auch ein bisschen Freizeit, weil ich kaufe auch viel Zeug, was ich einfach so lese, für mich persönlich. Und ich treffe auch einfach Leute, um mit Leuten zu quatschen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe und wo man halt vor allem, wenn er lang trifft, dich zum Beispiel. Ja, es ist so, es ist beides. Es ist auch schwierig zu trennen, wo, wo hört die Arbeit auf und wo fängt die Privatheit an oder umgekehrt. Ja, es vermischt sich ein bisschen hier bei den Comic Mansion, ganz crazy. Ja, schon. Wir sind ja auch schon, deswegen frage ich, im dritten von vier Comic Salon Tagen und deswegen hätte ich dich jetzt gerne mal nach Highlights gefragt und Dingen, die du vielleicht entdeckt hast, dir gefallen, eine Ausstellung, ein Artist. Gibt es irgendwas, wo du denkst, oh, darüber, da muss ich mal drauf hinweisen? Schwierig. Also, was ich sehr schön fand, war die Signierstunde mit Tobi Dahmen von der Kolumbusstraße. Ich habe es noch nicht gelesen, die Ausstellung muss ich mir jetzt auch gleich mal angucken. Aber meine Oma hat auch zu der Zeit in Düsseldorf gelebt und das war so ein bisschen Bonding bei der Signierstunde, das fand ich sehr schön. Ach, schön. Und was habe ich denn sonst noch gedacht? Oh, ich habe so viel gekauft. Eine Ausstellung vielleicht oder ein Panel, das dir gefallen hat? Ja, die Urban Sketchers fand ich sehr interessant. Also, ich war gestern in der Ausstellung drin und war sehr begeistert von dem, was man also allein mit in der Gegend rumsitzen und zeichnen schon machen kann. Das sah alles so professionell und schön gemacht aus. Also, ich denke mir, wenn ich da irgendwie in einem Café sitzen würde, würde ich das nicht so schön hinkriegen. Und ich finde auch eigentlich, also, dieses Urban Sketching Village, was die aufgebaut haben, finde ich eine super Idee und ist auch sehr schön geworden. Und mir tut es sehr leid, dass das Wetter da nicht so mitspielt, leider Gottes. Aber ich hoffe, sie haben trotzdem ihren Spaß und bringen da noch was zustande, weil es ist echt schon toll geworden, was da… Wie sitzen da so in so großen Baucontainern oder Logistikcontainern rum und so? Genau, ja. Also, unter Schirmen, aber ich fürchte, die Firmen, die bringen jetzt dann heute auch nichts mehr. Ja, ich hoffe, dass sie in den Baucontainern weitermachen können. Also, Urban Sketching habe ich mir gestern erst mal erklären lassen. Ich kannte das Konzept gar nicht. Man ist quasi in Städten und sonst wo unterwegs. Also, urban klingt ja eher nach Stadt. Und zeichnet dann, was man sieht. Und zwar mit der ganz eigenen Stilistik auf unterschiedliche Art und Weisen. Das ist so das Grundkonzept, ne? Genau, genau, genau. Also, ich habe das auch noch nie so… Doch, Moment, als kleines Kind habe ich das mal gemacht im Frankreich-Urlaub. Aber ich kenne ein, zwei Leute, die das hier in der Region machen oder die bei Instagram posten, wenn sie wieder mal da unterwegs waren. Und ich finde das sehr cool. Eine interessante Alternative zum Reisetagebuch auf jeden Fall oder eben eine Erweiterung dessen. Liebe Verena, vielen, vielen Dank, dass du da gewesen bist und heute ein bisschen über deine Arbeit und sonstige Dinge hier beim Salon gesprochen hast. Gerne. Ich freue mich mega und wünsche weiterhin viel Spaß hier beim Salon. Dankeschön, dir ebenfalls. Ciao. Tschüss. Hallo, ich bin der Andi. Und wer bist du? Hallo, Johanna Baumann, aber wahrscheinlich besser bekannt in diesen Kreisen als Schlogger. Hi. Hallo, endlich sehen wir uns mal. Krass, oder? Ja. Du machst ja nämlich eigentlich, bist ja auch Comic-Künstlerin, ne? Ja, eigentlich, ja. Schon, gell? Du meinst neben der Redakteurin bei dir, dass ich mit dir beim Tele-Stammtisch über Filme rede. Genau. Das ist mein Riesending und ganz klein kennt man mich vielleicht auch als Comic-Künstlerin. Du bist nämlich auch durch und durch Nerd, das kann man schon so sagen, oder? Ähm, ich selbst würde mich nicht als Nerd bezeichnen, weil ich immer das Gefühl habe, dass Nerds sehr krass in die Details gehen. Und ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gedächtnis. Ich kann immer so an der Oberfläche, weiß ich von vielen Bescheid, aber sobald es tiefer als ein Meter geht, bin ich schon lost. Liebe Schlogger, vielleicht holst du uns kurz ein bisschen ab, auch was so ein bisschen deine Comic-Karriere angeht. Du machst es nämlich schon echt ewig. Und erzähl doch mal so ein bisschen, wie ging es bei dir los mit der Illustration? Machst du mal so einen Crash-Kurs-Vita-Schlogger? Einen Crash-Kurs-Vita-Schlogger. Also ganz klassisch, in der Schule gezeichnet auch. Dachte aber nie, dass ich damit was anfangen kann. Bin deswegen in eine andere Richtung gegangen. Irgendwas mit Medien studiert und habe da dann inspiriert durch Flixes Held, weil das war ja auch eine Abschlussarbeit als Comic, soweit ich weiß. Gestern hat mir immer was anderes erzählt, aber ignorieren wir. Einen Comic als Bachelorarbeit gemacht. Und der war über Trennungsgeschichten. Danach hieß der. Den habe ich dann bei MyComics hochgeladen, weil ich einfach dachte, okay, was fange ich jetzt damit an? Ich habe jetzt was Längeres. Und ich wusste nicht, dass MyComics.de Panini gehört. Und die sind dann auf mich aufmerksam geworden. Und dann wurde meine Bachelorarbeit direkt vom größten deutschen Comic-Verlag, nämlich Panini Comics, veröffentlicht. Und dadurch hatte ich so ein Standing drin, war dann auch hier in Erlangen und bei anderen Events, wurde vom Verlag eingeladen. Das war das eine. Und auf der anderen Seite, ihr kennt es ja sicher, wenn man ein langes Projekt zeichnet und sich freut, boah, wenn es endlich vorbei ist, dann lege ich die Füße und mache gar nichts. Und wenn es dann tatsächlich vorbei ist, fällt man in so ein tiefes Loch und denkt, was fange ich jetzt mit meinem Leben an? Und das war dann der Grund, dass ich angefangen habe, Webcomics zu zeichnen. Meine Gehirnfütze auf meiner Website schlogger.de. Und dadurch bin ich dann auch in die Webcomics-Szene reingerutscht. Also habe die Comics-Szene quasi von zwei Seiten aufgeholt. Einmal von dem Verlagen her und einmal von der eher Indie-Kleinen-Webcomics-Szene her. So bin ich am Anfang reingerutscht. Dann kamen noch mehr Bücher bei Panini dazu, auch bei Lappan. In der Webcomics-Szene war ich in Jazam drin, in Mondo, in ganz vielen möglichen kleinen Anthologien. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Hans, dampf in allen Gassen, wie man so schön sagt. Auch bei den ganzen Projekten, die du jetzt genannt hattest. Und es gibt ja auch eine stolze Anzahl an von dir selbst erstellten Büchern. Ja, genau. Ich rede einfach weiter. Bitte, bitte. Oder möchtest du konkrete Fragen stellen? Nö, ich möchte, dass wir auch ein bisschen über die Bücher so drüber gehen und vor allem auch klar machen, was deine thematischen Schwerpunkte sind. Denn bei dir sind verschiedene Dinge dabei. Ich habe zuletzt das aktuellste Buch, eines der aktuellsten Bücher, ist groß und gelb und es geht um Kommunikation. Vielleicht verlegen wir dazu mal ein paar Worte, dass du auch komplett im Selbstverlag, übrigens auch sehr erfolgreich, wie ich es mitkriege, verlegst und ans Publikum bringst. Lass mal darüber sprechen, worum geht es und wie heißt es? Das Buch heißt Kommunikation mit Kindern. Und das kam natürlich durch den einen großen Inspirationspunkt im Leben, dass sich Kinder bekommen haben. Und dass man dann anfängt, sich damit zu befassen, weil es natürlich gar nicht so ist, wie man dachte, beziehungsweise man dachte, man hat Ahnung und dann fängt es an und du denkst, hä, hat jeder so wenig Ahnung davon? Und ist es wirklich für alle so? Ich muss mich da erst komplett einlesen. Es gibt Menschen, die können das intrinsisch aus dem Bauch heraus, ich nicht. Ich muss mir alles anlesen. Und weil, wie gesagt, mein Gedächtnis so schlecht ist, muss ich mir dann auch alles aufschreiben und aufzeichnen. Also ich mache die Comics quasi zum Selbstzweck. Und dadurch ist dann die Reihe Kommunikation mit Kindern entstanden, die ich auch über, glaube ich, drei Jahre lang gemacht habe, bis sie jetzt endlich als Buch erschienen sind. Dafür sind es auch über 300 Seiten. Es wiegt auch über ein Kilo, also ein kleiner Klopper. Und die ist eben im Selbstverlag entstanden, weil ich irgendwie bei Verlagen, da hat mir ein bisschen die Flexibilität gefehlt. Also ich arbeite sehr gerne mit Verlagen zusammen, mache wunderbare Erfahrungen mit den Menschen da. Ich mag die alle sehr gerne. Habe dann aber eben irgendwann gedacht, okay, ich habe jetzt Bock, jetzt was rauszuhauen. Ich will das nicht erst vorbereiten. Ich will das nicht pitchen. Ich will nicht ein Jahr vorher schon ein Cover erstellen und dann dauert es ewig, bis es gedruckt ist. Ich wollte es machen und wollte es einen Monat später verkaufen können. Und dadurch, dass ich auch relativ viele Ideen habe, habe ich dann einfach mal gemacht, lasse sie dann im Internet in Online-Drückereien drucken, habe einen Shop erstellt und dann stelle ich sie da einfach rein, verschicke sie selbst, bewerbe sie selbst. Und da habe ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Bücher auch das fünfte oder sechste Buch dann im Selbstverlag verlegt. Muss man aber hier aufpassen, Verlag, ich habe tatsächlich nur bei Kommunikation mit Kindern den ISBN-Code hinten drauf. Also es ist, ich weiß nicht, wie gesichert das Wort Verlag ist. Es ist kein richtiger Verlag, aber ich verlege sie. Es ist selber, ohne dass es ein eingetragener Verlag irgendwo ist. Stimmt, ich glaube, ob das eine Definition gibt, ob man da zwangsläufig im Buchhandel stattfinden muss oder so, das kann ich auch nicht. Genau, ich finde nicht den Buchhandel. Aber ich glaube, ISBN ist, glaube ich, schon so ein ausschlaggebendes Argument pro Verlag. Ja, aber sag mal, diese ganzen Dinge, das muss man ja alles wissen. So 300 Seiten hat er so gemeint, du bist keine Pädagogin. Worauf basiert das alles? Sind das Erfahrungswerte, gerade dieses ganze Zwischenmenschliche, was oft in deinen Büchern eine riesen Rolle spielt? Das ist so ein bisschen auch, ich will nicht sagen Sachbuch, aber schon so eine Richtung irgendwie auch hat. Worauf basieren diese ganzen Dinge? Liest du dich? Bist du einfach total empathisch? Erzähl mal. Wie gesagt, ich weiß das natürlich alles einfach, nein, eben nicht. Also es ist immer so eine Mischung aus Geschichten, die das Leben spielt, plus Wissenswertes, das ich mir angelesen habe. Also klar, ich bin keine Pädagogin, es steht auch im Buch drin, bin ich nicht. Aber ich habe sehr viel gelesen, weil es mich auch wahnsinnig interessiert hat, dieses Wissen dann eben aufgesogen und ganz viel gelernt und wollte das dann eben für mich aufheben und eben auch weitergeben. Da sind ganz viele Dinge dabei, die ja nicht nur die Kommunikation mit Kindern betreffen, sondern auch Kommunikation generell. Also, dass du bitte Dinge ansprichst. Ich habe ja auch, meine Masterarbeit war auch ein Comic wieder, die heißt Streitsam und da ging es auch um Kommunikation im Streit dann eben. Also da war es fokussierter auf die Erwachsenen. Wie kann ich dann besser kommunizieren? Wie kann ich mich besser kennenlernen? Worum geht es eigentlich bei Streit? Um Bedürfnisse erkennen? Wie äußern sich manchmal bestimmte Konflikte, die man auch mit sich selbst besser austragen sollte? Und da war ich also schon in der Kommunikationsschiene drin und bin dann mit Kindern mehr in die Richtung Kommunikation mit Kindern. Aber es geht trotzdem auch um Kommunikation mit allen Menschen. Und da, jetzt, was war deine Frage nochmal? Worauf das basiert? Worauf das basiert? Sind das Beobachtungen? Sind das Erfahrungen? Sind das Interviews mit Fachexperten? Wie kommen diese Inhalte zustande? Und die sind ja wirklich, das sind ja nicht irgendwas, insbesondere jetzt konkret dieses Buch Kommunikation mit Kindern. Da stehen Dinge drin, die habe ich auch in Sachbüchern schon gelesen. Das muss man schon irgendwie, das muss mehr sein als bloß die Erfahrung. Ja klar, also wie gesagt, viel gelesen. Also es ist ganz am Anfang, es sind meine Erfahrungen plus sehr viele Sachbücher gelesen, die mich auch sehr begeistert haben, die ich dann da unbedingt mit reinnehme. Wie viel Recherchearbeit dann einfach auch in dem Zusammenhang? Ja, ich würde es gar nicht als Recherche bezeichnen, weil ich das so gerne mache. Also das ist natürlich immer die Frage, ist Arbeit noch Arbeit, wenn es Spaß macht? Natürlich ist es da noch Arbeit, aber Arbeit hat ja immer so eine negative Konnotation. Und da ist es eben nicht so. Also das ist was, was mich sehr begeistert, wo ich auch total dahinter stelle. Jetzt Thema bedürfnisorientierte Erziehung oder wie formuliere ich gehirngerecht? Wie funktioniert das Gehirn? Wie verarbeitet das Informationen? Und wie kann ich dann Sachen nicht trocken, aber trotzdem noch so formulieren, dass es beim Gehirn einfach ein bisschen besser ankommt? Und ich habe das Gefühl, wenn man dir auf Social Media folgt, jetzt konkret Instagram und du dann auch Dinge aus deinen Comics natürlich auch postest, die da stattfinden, dass da unheimlich viel positives Feedback kommt vom Publikum, dass da Dinge wahrnimmt, dass da irgendwie eine Hilfe erfährt. Ist das so? Kriegst du da auch viel positives Feedback, dass Menschen das auch praktisch quasi umsetzen konnten, was sie in deinen Comics gelesen haben? Also der Vorteil an Comics ist ja, gegenüber dem puren Sachbuch, da sind ja Bilder dabei. Das heißt, du gehst noch über einen anderen Sinn noch mit rein. Wenn ich da kurz ausholte, ich habe ja noch einen anderen Job, ich bin Graphic Recorderin oder Visualisiererin, das heißt, mein Job ist sowieso, das ist da ja für große Firmen, komplexe Inhalte oder irgendwelche trockenen Inhalte so zu visualisieren und darzustellen, oft auch in Comicform, dass die Leute es verstehen. Also es ist sowieso so, dass Inhalte so durch Bilder attraktiver gestaltet werden. Und wenn ich dann auf Social Media die Comics hochlade, die kann man übrigens auch fast alle online lesen, Kommunikation mit Kindern, bei mir auf The Schlogger bin ich auf allen Social Media Plattformen zu finden. Da kommen die Inhalte ganz anders nochmal an. Also es gibt viele Leute, die würden die Sachbücher so nicht lesen vielleicht oder ich kriege auch oft Feedback, dass es, keine Ahnung, dass es erleichtert auch für Leute, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen oder nicht so gut lesen können, dass es einfach leichter verständlich ist, wie da die Zusammenhänge sind, weil du es nicht so trocken wie in einem Buch hast, sondern durch die Bilder irgendwie noch anders dargestellt hast. Und ich versuche auch noch immer Humor noch mit reinzubringen. Du hast also erstmal, dass die Inhalte noch visuell dargestellt werden, dass Humor noch dabei ist. Und dann ein großer Aspekt ist ja auch, dass es aufrichtig ist, dass du eben sagst, ja okay, so ist das Leben. Und es ist nicht dieses Klischee Hochglanz, ich ernähre meine Kinder nur vegan, vollkorn, hochwertig, sondern ja okay, manchmal essen Kinder halt einen Monat lang nur trockene Nudeln. Lass uns auf jeden Fall nochmal auf das Graphic Recording zu sprechen kommen. Denn da hatten wir, glaube ich, noch nicht allzu viele Leute bei mir hier im Tele-Stammtisch zu Gast. Vielleicht kannst du das mal kurz erläutern, was genau machst du da und wer kann dich wie buchen? Buchen könnt ihr mich natürlich, indem ihr mich einfach anschreibt, geht auf meine Website, da ist ein Kontaktformular oder auf Social Media, ist egal wo. Oder sprecht mich einfach an auf der Straße, folgt mir, bitte nicht auf der Straße, aber dann auf Social Media. Und Graphic Recording ist, es wird, glaube ich, im nicht deutschsprachigen Raum eher Visual Recording genannt, also visuelles Aufzeichnen. Da geht man zu Firmen hin, entweder zu Workshops, zu Events und hat dann ein riesengroßes Papier an der Wand hängen. Es ist jetzt vermehrt auch digital und zeichnet live die Inhalte mit. Also nicht wie ein Gerichtszeichner, dass man die Menschen zeichnet, sondern man zeichnet die Inhalte, die man da hört, mit. Sodass am Ende ein visuelles Protokoll entsteht, was nicht nur Text ist mit, keine Ahnung, oder einer Mindmap drin, sondern es ist ein riesiges Prozessbild, was auch Zusammenhänge zeigt, aber eben auch mit Humor vielleicht dargestellt wird. Es ist nicht nur das, was sowieso in den Powerpoint-Folien steht, sondern du greifst auch das Zwischenmendelschieher auf, du greifst auf, welche Atmosphäre schwebt im Raum. Und am Ende ist es oft so, dann stehe ich vor diesem riesigen Bild oder es wird halt per Beamer übertragen und spiegel den Leuten, was ich so aufgezeichnet habe, was sie bei diesem Event oder beim Vortrag, was auch immer Workshop erschaffen haben. Und dann kriegen die ihre eigenen Inhalte nochmal ganz anders gespiegelt, als wenn es einfach nur irgendjemand ein Protokoll führen würde. Und hast du da eine thematische Spezialisierung auf Firmen und Branchen, für die du besonders geeignet bist? Oder bist du da ganz breit aufgestellt? Ganz breit. Also ich war schon in der Reithalle, ich war schon bei einem Teilchenbeschleuniger, da ging es um Gravitationsdetektorenbeschichtungen. Dann war ich, ich habe für Vodafone gearbeitet, für Huawei, ich habe in der Medizinbranche viel, bei Tesa, was mache ich gerade für Automobilzulieferer, ganz viel Informatik, weil die gerne, Informatiker arbeiten sehr gerne mit visueller Hilfe, dass die eben ihre IT-Strukturen irgendwie dargestellt wollen. Und es ist ganz viel über Mitarbeiter und alle haben ja Mitarbeiter, deswegen kann man da wirklich in jede Branche reinrutschen. Und ich liebe das auch an diesem Job, dass wirklich alles dabei sein kann und es macht mir auch super viel Spaß und das kann ich auch sehr gut, ganz schnell da an die Materie einzutauchen. Also mein Gehirn, ich benutze immer das Bild, hat sehr viele Löcher, die Inhalte kommen sehr schnell rein, ich begreife die auch schnell, habe auch sehr schnell Bilder dazu im Kopf. Du verarbeitest die schnell. Du verarbeitest die schnell und danach gehen sie durch die Löcher auch schnell wieder raus. Durch die Löcher auch schnell wieder raus, aber das heißt ja auch, du bereitest dich sehr intensiv vor auf die Dinge wahrscheinlich. Du musst ja schon ungefähr wissen, was so ungefähr das ist, nicht dass da nur Fremdwürde um die Ohren geballert werden, mit denen du nichts anfangen kannst. Das stimmt. Also ich war jetzt zum Beispiel neulich und bin es auf Englisch, ist es natürlich nochmal anders, da ging es nur um Doktorarbeiten bezüglich der Autoimmun-Hautkrankheit-Erkennung-Pre-Disease. Und es waren dann Doktorarbeiten und es waren irgendwie 30 Stück, a 5 Minuten und da bin ich schon auch inhaltlich an meine Grenzen gestoßen, habe aber versucht mich vorzubereiten. Und es geht schon, man kann auch wie in Algebra, in der Mathematik, man kann auch Dinge verarbeiten, wenn man nicht genau weiß, was sie bedeuten, indem du Variablen dafür einsetzt und im Kopf dann die Zusammenhänge dann zuordnen kannst. Aber ich sage schon dem Kunden immer, okay, wenn es bestimmtes Vokabular gibt, vor allem auf Englisch, da hätte ich gerne so ein kleines Glossar oder sie sagen mir dann eben, sie haben das schon vorbereitet. Gute Kunden wissen natürlich, dass sie schwierige Themen haben und dass sie das schon aufarbeiten müssen und ich kann mir das dann auf ihrer Website nachlesen. Aber theoretisch müsste es auch so funktionieren. Theoretisch müsste es auch so funktionieren, das heißt also, liebes Publikum, falls ihr zufällig eine Firma seid oder zumindest in einem Bereich sitzt, wo das ganz gut passen könnte. Gerade das Konferenzthema, glaube ich, ist ein besonders spannendes, wo du da echt gut reinpassen würdest. Meldet euch bei der Johanna, die ihr findet, wenn ihr auf die Show Notes mal schaut, da sind alle relevanten Links zu ihren Plattformen drauf. Und da müssen wir auf jeden Fall nochmal kurz, doch nochmal einen Schwenk Richtung Film machen, denn du machst ja viele Dinge. Du hast nämlich auch noch ein privates Leben, wo es mal nicht nur ums Geld verdienen geht. Du guckst auch gern hin und wieder mal einen Film und machst da auch Podcastsachen zu. Stimmt das? Ja, wie kommst du denn da drauf? Habt ihr gehört. Genau, beim Tele-Stammtisch, ich bin ja relativ flexibel, ich bin selbstständig, meine Kinder sind tagsüber in der Kita, da kann ich dann arbeiten oder in die Pressevorstellung ins Kino gehen und dann beim Tele-Stammtisch eben drüber berichten und kriege dann ganz viele aktuelle Kinostarts mit und gucke mir dann auch sehr gerne, ich liebe Filme, ich liebe es, wie Geschichten erzählt werden, mir das anzugucken. Das funktioniert ja auch bei Comics wunderbar. Also ich bin ein Fan von abgeschlossenen Comics, die sogenannten Graphic Novels, manchmal ist das ja ein Schimpfwort. Also ich mag jetzt gar nicht unbedingt Superhelden-Comics, sondern ich mag es, wenn eine Geschichte abgerundet, erzählt wird und das macht einen Film für mich auch. Deswegen bin ich auch zum Beispiel eher Fan von Filmen als von Serien und dass ich die Möglichkeit habe, dann im Kino, weil Kino beste, mir die Filme anzugucken, finde ich natürlich großartig und würde es gerne so lange weitermachen wie möglich und auch natürlich gerne drüber sprechen. Popcorn salzig oder süß? Gar kein Popcorn. Aha, Tacos. Nee, also wenn, entweder hole ich mir eine Pfefferbrezel mit Butter vorher oder ich esse ein Eis. Liebe Stocker, danke, 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 dass du da warst und ein bisschen über dich und deine Arbeit gesprochen hast. Sehr gerne. Ich hoffe noch sehr, dass ihr da draußen auf jeden Fall, wie gesagt, auf die Links klickt, euch das mal ganz genau anschaut. Das ist viel geiler Scheiß dabei. Ich habe es auch schon verschenkt. Jetzt haben wir noch gar nicht über den Fakir-Kalender gesprochen, das machen wir jetzt einfach trotzdem nochmal und schieben es hinten dran. Fakir, darf man das sagen? Darf man das noch sagen? Ja klar darf man das sagen. Den Fakir-Kalender, das ist jetzt der 13., der dieses Jahr rausgekommen ist, das war auch in der Phase, in dieser Webcomic-Reinrutschphase, die ich damals erwähnt hatte. Und da war es damals mit Jörg von Quimbi und mit David Fileki, waren wir bei Joscha Sauers Pizza Party nach der Frankfurter Buchmesse, glaube ich. Na klar, wo sonst? Und haben darum brainstormt, dass es doch mal einen Comic-Kalender geben müsste von verschiedenen Artists und mittlerweile ist der eben, wie gesagt, im 13. Jahr. Es ist ein Wochen-Kalender, jede Woche ist von einem anderen Zeichner illustriert, eben quer durch die Comic-Szene durch. Ich frage da immer Leute an und den habe ich dieses Jahr schon ein bisschen früher rausgebracht, damit er hier in Erlangen dann auch erhältlich ist. Also den gibt es überall, die meisten Künstler haben ihn auch dabei oder eben bei Quimbi oder bei der Comic-Solidarity kann man den Künstler erstehen. Oder bei mir im Shop, schloggershop.de Und er ist viel zu schön, um ihn nicht zu kaufen und er ist vor allem auch ein toller Abriss von dem, was so geht in der Illustrator-Innen-Szene hier in Deutschland. Deutschland ist vor allem ein deutscher Künstler, oder? Vor allem Deutsche, manchmal sind auch, dieses Jahr ist eine französische Künstlerin drin, es sind auch niederländische Künstler schon drin gewesen und einer, nee, dieses Jahr ist einer auch Kanada auch drin. Mega. Johanna, danke dir. Danke dir. Viel Spaß hier weiterhin beim Salon und mögen die Comics nicht zu nass werden. Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.